Die Mitglieder der Adeptus Custodes widmen ihr Leben einem einzigen Ziel, den imperialen Palast und den Imperator der Menschheit um jeden Preis zu schützen. Außerdem sind sie die wichtigsten Gesandten des Imperators und die Hüter seiner Geheimnisse. Sie unterstehen keinem Gesetz außer dem Imperator selbst. Ihre Zahl mag zwar gering sein, doch im Kampf übertreffen die Custodes einen normalen Space Marine bei weitem. Dennoch sind sie heute kaum noch abseits von Terra anzutreffen, denn seitdem ihr Herr an den goldenen Thron angeschlossen wurde, ist er verwundbarer denn je. Die Geschichte der Custodes begann lange vor der Erschaffung der Primachen, denn sie sind wahrhaftig die Erstgeborenen des Imperators. Er schuf sie noch vor den Thunder Warriors, die er in den Vereinigungskriegen einsetzte. Doch der Prozess, einen Custodes zu erschaffen, ist auch heute noch unglaublich komplex und äußerst unsicher, weshalb nur eine Handvoll von ihnen existieren. Während der Vereinigungskriege sowie des großen Kreuzzuges waren die Custodes stets an der Seite des Imperators. Für den gewöhnlichen Soldaten und einen planetaren Gouverneur gleichermaßen galten die Custodes als Zeichen des imperialen Schutzes und als Verkörperung des Willens des Imperators. Dennoch konnten sie das endgültige Schicksal des Imperators nicht abwenden, weshalb diese Schuld noch heute über den Custodes liegt. Viele von ihnen trugen schwarze Umhänge, um die Dunkelheit zu symbolisieren, die über sie hereingebrochen war. Doch nach außen hin galten die Custodes nach wie vor als Sinnbild der imperialen Stärke und Treue. Als Rubut Gilemon die Legionen nach dem Kodex Astates in kleinere Orden aufteilte, blieben die Custodes in ihrer ursprünglichen Formation erhalten. Sie wurden zu den Wächtern über den goldenen Thron und des imperialen Palastes. Doch die zunehmenden Bedrohung durch die Mächte des Chaos- und Xenosrassen zwangen die Custodes zu handeln. Nach dem Motto Angriff ist die beste Verteidigung haben viele Custodes-Kommandeure den Kampf zum Feind getragen, bevor er Terra erreichen konnte. Viele sehen die Custodes als inaktiv an, Relikte einer längst vergangenen Zeit. Doch die Wahrheit könnte nicht anders aussehen. Hinter den verschlossenen Toren des Sanctum Imperialis, dem innersten Heiligtum, sendet der Captain-General Agenten ins Sol-System, um potenzielle Bedrohungen aufzuspüren. Doch da die Custodes in ihrer Zahl begrenzt sind, müssen sie ihre Kämpfe sehr genau wählen. Oft wird nur eine Handvoll von ihnen entsandt, um einen Orden der Space Marines zur Seite zu stehen. Oder ein Trupp wird mit der Beförderung einer äußerst wertvollen Fracht beauftragt, so wie es der Fall war, als Attantiva Primaris Gensa zu den Brazen Drakes befördern sollte. Was die Erschaffung eines Custodes angeht, so finden sich viele Ähnlichkeiten zur Erschaffung eines Space Marines wieder. Beide werden genetisch verbessert, um ihre Stärke, Ausdauer und Widerstandskraft zu verbessern. Sie beide untergehen strenger psychischer Konditionierung und einem martialischen Training. Einer der größten Unterschiede ist das Alter des Anwärters. Die Umwandlung in einen Space Marine beginnt in dessen Jugend, am besten noch bevor er ins Erwachsenenalter eintritt. Ein Custodes jedoch wird schon während seiner Kindheit auf die Umwandlung vorbereitet. Das genetische Material, das in einem Custodes-Anwärter eingebracht wird, arbeitet viel subtiler und auf der mikroskopisch kleinsten Ebene. Die Umwandlung in einen Astates ist ein vergleichsweise schneller, brutaler Vorgang, in dem der Körper rasche Veränderungen erfährt. Dies führt dazu, dass ein ausgewachsener Custodes einem Space Marine im Kampf weit überlegen ist. Sein Körper und Geist sind von Grund auf auf ihre neue Aufgabe vorbereitet worden. Den Custodes werden keine zusätzlichen Organe eingesetzt. Ihre Veränderung wird allein durch die eingebrachte Gensart hervorgerufen. Eine Gensart, die man das Geschenk des Imperators nennt, also unter Umständen ein Teil des Imperators selbst sein könnte. Aus diesem Grund übersteigt die Zahl der aktiven Custodes nie mehr als 10.000, so zumindest heißt es im Imperium. An der Spitze dieser Elitekrieger steht der Käptengeneral, der loyalste und treuste Diener des Imperators. Gegenwärtig hält Trajan Valoris die Position des 17. Käptengeneral der Custodes inne. Unter ihm stehen die Schildkäptens, ein Sammelbegriff für die höheren Ränge der Custodes. Innerhalb ihrer Organisation wird dieser Rang noch weiter unterteilt. Als Präfekt, Lektor, Prokonsul oder Tribun unterteilen sich die Schildkäptens je nach ihren Taten. 300 Custodes, die Gefährten genannt, stellen die direkten Leibwächter des Imperators dar. Sie wachen stumm über den goldenen Thron bis ans Ende der Zeit. Innerhalb der Gefährten gibt es weder Rang noch Stellung, sie alle sind gleich in ihrer Wache. Hat ein Gefährte seine Wacht beendet, wird er durch ein neues Mitglied ersetzt. Dies ist kein Zeichen der Schwäche, sondern eine pragmatische Erkenntnis, dass selbst ein Custodes nicht ewig seiner Bricht nachgehen kann. Astoran Carlos war in der Lage ein volles Jahrhundert Wache zu halten, bevor auch er abtreten musste. Jene, die bei den Gefährten gedient haben, wechseln in der Regel zu den Achillen Shields, einer der Shield-Hosts innerhalb der Custodes. Als Shield-Hosts wird die Zusammenfassung mehrerer Shield-Companies, also mehrerer Custodes-Streitkräfte bezeichnet. Die Achillen Shields sind direkt für die Sicherheit Terras verantwortlich. Sie operieren meist in kleineren Trupps und schlagen schnell und hart dort zu, wo sich eine Gefahr für das Imperium zusammenbraut. Die meiste Zeit verbringen sie auf ihren Reisen durch die Galaxie, immer ausschauhaltend nach neuen Bedrohungen. Eine weitere Shield-Hosts sind die Shadow-Keepers. Unter dem Imperialen Palast sind grässliche Schrecken verborgen, unheimlicher Horror aus der Zeit des Weltenbrandes. Die Shadow-Keeper sind die Wächter dieser Schrecken und gehen sicher, dass sie nie wieder ans Licht der Oberfläche zurückkehren. Doch die Öffnung des großen Risses hatte katastrophale Auswirkungen auf dieses unterirdische Gewölbe. Viele der Zellen waren plötzlich leer, was auch immer sich darin befand, auf mysteriöse Weise befreit. So begannen die Shadow-Keeper damit, Krieger in die Galaxie zu entsenden, um zurückzuholen, was für immer verborgen blieben sollte. Die Dread-Hosts sind das Werkzeug des Zorn des Imperators. Zu Hunderten stellen sie sich den Bedrohungen gegenüber, die auf die Menschheit zurücken. Seien es wilde Grünhäute oder Verräterlegionen, die Dread-Hosts zerschmettern, was sich ihnen in den Weg stellt. Die Solar-Watch sind jene Custodes, die die äußersten Grenzen des Sol-Systems bewachen. Obwohl sie hauptsächlich in ihren Raumschiffen unterwegs sind, verfügt die Solar-Watch über eine beeindruckende Bodenarmee. Sie schlagen zu, bevor eine Gefahr eskalieren könnte. Nur selten mischen sie sich in Schlachten ein, die bereits von imperialen Kräften geführt werden. Sie wissen, dass ihre Aufgabe, die Grenzen zu schützen, von höchster Wichtigkeit ist. Deshalb können sie ihre Posten nie lange verlassen. Die Emissaries Imperators überbringen die Worte des Imperators oder transportieren wertvolle Artefakte. Obwohl der Imperator im Goldenen Thron eingebettet ist, vermögen manche Custodes, seine Stimme während ihrer Meditation zu hören. Geleitet von seiner Hand führen sie seine Anweisungen aus, ohne von ihren Brüdern infrage gestellt zu werden. Diese Krieger schließen sich zusammen, um den Willen des Imperators zu entschlüsseln und seine Befehle weiterzugeben. Auch wenn die Custodes biologisch unsterblich sind, kommt es vor, dass ein alter Custodes aus dem offiziellen Dienst austritt. Vielleicht hat der Custodes Gliedmaßen verloren oder sonstige Verletzungen erlitten, die seine Aufgaben unmöglich machen. Sollte sich ein Custodes in einer solchen Situation wiederfinden, legt er seine Ausrüstung ab und bringt sie zurück in die Halle der Rüstungen. Sie kleiden sich in schwarzen Roben und ziehen hinaus in die Galaxie, jedoch nicht um sich zur Ruhe zu setzen, sondern um dem Imperator weiterhin auf ihre eigene Weise zu dienen. Manche bauen sich Informationsnetzwerke auf, andere heuern Agenten an und beobachten aus den Schatten. Sie infiltrieren oder nutzen Angst und Gewalt, um an die Informationen zu kommen, nach denen sie suchen. Sollten sie auf Hinweise stoßen, die eine Gefahr für Terra oder dem Imperator darstellen, leiten sie diese umgehend an den Captain-General weiter. Diese alten Krieger werden so zu den Augen des Imperators. Um ihre aktiven Dienste zu versehen, steht den Custodes die beste Technologie des Imperiums zur Verfügung. Keine Kosten und Mühen werden bei der Herstellung ihrer Ausrüstung gescheut, jedes Stück ein Meisterwerk. Seien es ihre eleganten Dawn Eagle Jetbikes, die beeindruckende Alarus Terminatorenrüstung oder ihre Schwerter und Bolter. Die Ausrüstung der Custodes ist der, jeder anderen imperialen Streitmacht überlegen. Wäre das Imperium in der Lage, Custodes in der gleichen Zahl zu erschaffen wie Astartes, nichts könnte sich dem Goldenen Sturm widersetzen. Ich selbst habe hauptsächlich während der dritten Edition gespielt. Für mich waren also die Custodes eine komplett neue Armee, als ich zu 40k zurückgekommen bin. Mittlerweile habe ich mir aber auch schon öfter Gedanken gemacht, ob ich nicht eine kleine Custodes Armee anfangen soll. Das war's aber erstmal für heute. Danke fürs Zuschauen, danke für euer Abo, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal.